Dvihasta Padashirsha Bittilasana ist eine Variation von Bittilasana, also der Kuhstellung, wo du mit beiden Händen an die Füße fasst und den Kopf auf dem Boden hast. Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. Von hier gib den Kopf auf den Boden und beuge dann die Knie und fasse mit beiden Händen um die Füße. Diese Stellung hilft auch, den Kopf vorzubereiten auf den Kopfstand. Es gibt von hier noch eine Variation, wo du an die Füße fasst und die Füße rechts und links neben den Hüften zu dir hinziehst, ähnlich wie auch in der Froschposition, Mandukasana, auch Bhekasana genannt.